Hallo, hier bin ich wieder. Heute habe ich eine Mango. Ich hole ein Messer und jetzt machen wir mal die Mango auf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Mango schmeckt. Na, guck mal. Ah, ich merke schon, es scheint ein dicker Kern drin zu sein. Jo, also aufreißen geht nicht. Ich denke mal, man muss die Mango dann drumherum abschneiden. Ja. Äh, 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 arg klitschig. Ja, Mango, genau so schmeckt Mango. Also, man muss es drumherum machen. Sehr klitschig. Äh, äh, schmeckt sehr süß. Mmh, und, schon komisch, ne, vom Freikannssystem. Also, Schale nicht mitessen. Wurfgleich ist ganz gut. Weckgeschmissen. Also, meine ich schon ein bisschen sehr wuschelig. Also, überreif, denke ich mal. Hm. Ist ja ein riesen Kern drauf. Ja, das ist alles Kern. Den kann ich dann mal probieren auszusehen. Dann sehen wir mal, was wächst. So, das war es eigentlich schon. Kein großes Ding heute. Äh, Mango schmeckt gut. Und, das war's schon. Tschüss.